Grüßt Leute. Ich bin gerade ein bisschen aus der Brust, weil ich gerade am trainieren bin. Ich merke mich kurz zurück mit einer ganz einfachen Technik für die Straße. Die habe ich gerade beim Trainingslauf geübt und dachte, das kann man kurz machen. Deswegen ganz kurz spontan. Vielleicht bringt es euch was. Ich zeige es euch mal. Ich versuche es aus. Super effektiv und super einfach wie immer. Alright, let's go. Ich gehe hier Richtung Gesicht mit beiden Händen und wie in so einem Salat fühle ich in dem Gesicht rum. Greife, was ich greifen kann. Und... Boom. Weg. Okay. Reinkommen, gegriffen, schnieg nachgezogen. Gegriffen. Und weg. Okay. Das heißt, ihr greift mit beiden Händen zum Gesicht und reißen, wie ihr reißen könnt. Wenn es klappt, den Kopf leicht verdrehen, um den Gegner so die Orientierung zu nehmen. Und dann... Boom. Boom. Reinhauen. Okay. Und fliehen. Okay. Wenn ihr zusammentrainiert, kriegen da auch ein bisschen Schauspiel rein. Wirkt am Anfang immer lächerlich, aber das macht wirklich was aus. Vor allem, wenn dann der Gegner, der Handgreifer auch aggressiv wirkt. Anders vorher nicht, stech dich ab. Weil es immer noch was ganz anderes ist, als wenn wir dastehen und der Gegenüber mitspielt, indem er einfach nur haftig zukommt und du machst eine Übung oder dich vor dir aufbaut. Sondern der soll ruhig sich aufbauen und dich anschreien, beleidigen. Dann habt ihr einen ganz anderen psychologischen Effekt, den ihr nachher, wenn ihr sowas hoffentlich nie brauchen würdet, zu eurem Vorteil nutzen könnt, weil ihr das kennt. Ihr kennt es, wenn es lauter wird, ihr kennt es, wenn er immer aggressiv wird, wenn er euch wegschubt, euch zukommt. Was? Hey du Perl, willst du ein paar aus dem Maul oder was? Easy, easy, easy. Für die Übung ist tatsächlich so ein Dami ganz geil, weil ich dem am Kopf rumgreißen kann, wie ich will, ohne ihn zu verletzen, okay? Also, noch mal kurz. Geh ran, ich greife, was ich greifen kann, zieh einfach zu sich. Weg, oder... Weg, oder... Weg, okay? Im Gesicht rumreißen, greifen und wieder ganz einfach. Geh einfach mit dem Kopf... Sorry. Geh einfach mit den Händen zum Gesicht und reiß da irgendwie rum. Nichts weitermachen, einfach nur am Gesicht ein bisschen ins Gesicht kommen und rumreißen. Was ihr kriegt, wenn ihr den Kopf so fassen kriegt, ne, nach rechts und links drehen können, wunderbar. Und dann am Ohr reißen. Während ihr das macht, immer schön mit dem Knie bearbeiten, am Ohr reißen, vielleicht nicht nach vorne mitgeben. Wegschufen und abhauen, fliehen, okay? Also, Leute, das war jetzt schon und haben kurz. Ich hoffe, es war trotzdem gut und hilfreich. Ich würde sagen, ich mache hier ein bisschen weiter. Ihr macht bei euch weiter. Ich danke euch für die Zuschauer. Abonniert, kommentiert, liked und so weiter. Ihr kennt die Battle-Arge, dass wir hier mal ein bisschen vorankommen. So, das war's von mir für heute. In diesem Sinne. Macht's gut. Ciao. Ciao.